So, Willkommen zurück zur For Honor, die Closette Alpha Und den Weg auf jeden Fall auch nochmal nebenbei, der ist nämlich ganz nice, der ist schön schnell, nicht so langsam Und da kann man schön die Fresse polieren Ich muss mir mal drin kippen, Alter, ich bin sofort trocken, Alter, wie eine trockene Möse, ey Na ja, zum Glück habe ich meinen Voices halt aus, weil ich kann mich mit denen, mit denen sowieso nicht verstehen, weil, das ist hochgerade Englisch, ey Oh ja, die waren mehr powerful, als meine Crossbows Oh, nice, ey, oh, guckt euch das an, wie das aussieht, ey Ja Das sieht nice aus, letzte Runde war ja geil, ich stand mal ganz oben Das hat mir hier fallen Und das versuchen wir jetzt mal wieder Wenn wir hier gleich mal spritzig C einnehmen Oh, hier ist ja richtig Action Na, hier ist wieder so ein Bot Sehr nice Oh, komm komm Schwing deine Kölle hier Oh ja Ja, ist ein Bordeon Er hat sich gespielt, aber dann hat er gerade wieder Komm, komm Schwing das Ding hier Dann hat er gerade wieder Oh, da sind so viele, ey Fuck, fuck, fuck Fuck Oh, ähm Kommt man denn da hoch, ey Alter, wo kommen denn die alle Oh, er killt mich, er killt mich Ah, komm Schmeiß die da hin Komm, verpisst euch, Alter Muss erst mal gucken Wie wir da hochkommen Ah, hier Sehr schön Alter, das ist ja hartnäckig, ey Und da war Boah Das ist verrückt, ey Mal warten, bis es aufgeladen ist Aber er macht mich kalt Hier, ziehe ich auch schon wieder Boah, das sind zwei Bots, ey Das schaffe ich nicht Komm, komm Kill den Wichser So, und jetzt hier Wunderbar Ist eigentlich alt Eingenommen, war Boah, ey Hier ist was los, ey Okay, zäh Mal wieder Ich kaff den mal hier Oh, da ist ja einer, da war einer, war einer Komm, kill den doch, ey Oh, ja Hopi So, hochzuziehen Zieh Jawoll Sehr schön Na, da kommt's wieder Ist doch geil Mach mal gleich noch ne Runde Geil, Level 3 schon Geht ja zügig hier Ich bin ready Oh, jetzt sind alle draußen Super Suchen wir uns mal 19 Erinnerung, da machen wir noch Halt Da Schmeißen wir uns hier nochmal rin ins hier, Tümmel Einerung, da machen wir hier noch Sehr schön Kann von mir losgehen Ach, der kann sich wahrscheinlich nicht erscheinen, was er für ihn nimmt Na komm Das bei den, bei den wird nicht mal so lange dauert, ey Oh, na endlich, ey Los jetzt hier Wunderbar Grünes Getümmel Wett weg gleich A Innen Achso, so ne Option hat er hier hier nicht, ah scheiße So, ranja Alter. Alter, wie hartnäckig ist denn er? Oh, Mann. Oh, Mann, Mann. Komm, schmeiß mich drin hier wieder. Ja, C.On.A.S. müssen wir auch noch einnehmen. Wie sieht's bei A aus? A ist angenommen. B müssen wir auch einnehmen unbedingt. wie sie aus wunderbar rennen wir mal zu c wunderbar c ist auch eingenommen also exkursion also schnell kannst du gar nicht drücken schädel abgetrennt älter sehr nice den arsch erstmal blind alter weg hier sonst bin ich tot ich brauche energie der arsch ist runtergesprungen sehr schnell kann ich wieder hoch witzig komm kill den hier ist alter und level ab war richtig knapp alter wie sieht es bei b eigentlich aus da ist alles ja jetzt ja mal verloren da ist hier was los alter alle schulen hintereinander weg hier das na komm her Ja! Und... Wollen wir mal wieder so ziehen. Wir fangen... Na, wo ist er? Schade, daneben. Ah, da kommt der nächste, ey. Shit. Sieht's aus? Na, sieht ganz gut aus. Ah, shit. Ah, so schnell können wir gar nicht die Tasten drücken, das ist ja Wahnsinn. Ah, für so eine frühe Glosette-Alpha... ...schon voll in Ordnung. Ah, jetzt komm her. Wunderbar. X oder Y muss man drücken, ey. Geil. Oh. Oh. Go. Der hat ja gesessen, ey. Oh. Immer mal zuhaar. Komm, 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 komm. Wunderbar. Somit haben wir A auch wieder. Irre, gell. Ah, so ein Energiefluss, okay. Okay. Hier, fang. Sehr schön, geil. Hat mir gefallen. Boah. Ah. Geile Sache. Boah, gefällt mir. Kann sich echt sehen lassen. Ja, würg's sagen... ...bis zum nächsten Mal. Und... ...rein geholt. Bis zum nächsten Gameplay. Gameplay. Also, bis dann. ... ... ...